Hallo meine Lieben, ich mache was Feines und zwar mache ich Erdbeeren und Himbeeren mit Wasser und Zucker gemixt. Ich habe die eingefrorenen vom Edeka genommen. Erdbeeren und Himbeeren. Mixt das Ganze. Dann nehme ich Quark in eine Schüssel. Im Verhältnis ist es eigentlich zu wenig Quark. Aber jetzt habe ich eben nicht mehr. Ich wollte noch einen Quark holen, habe nicht mehr dran gedacht. So, und dann mixen wir das wieder. Füllen das ab in einmal Gläser und haben ein herrliches Quarkgetränk. Ich brauche noch mehr Quark. Ich brauche noch eine Schüssel. So, ich brauche für mich. So, ich brauche noch eine Schüssel. Ich brauche was an zuerst.